willkommen ihr leben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ihr habt es schon im titel gesehen ich nehme es gleich vorweg nix sccwl hier mit dem rathaus 9 account ja ich habe es ein bisschen verpennt muss ich sagen oder ein bisschen verpeilt denn mit dem account war ich in einem clan wo ich jemanden glückwünsche zum geburtstag gewünscht habe und bin da dann nicht rausgegangen weil ich jetzt ein paar tage nicht auf dem account war und dann haben wir natürlich irgendwann angefangen liga zu starten haben mich damit reingenommen aber ich spiele da nicht da die dort ausschließlich die hohen rathäuser spielen und da hast natürlich ein problem ich komme jetzt in keine andere sccwl mehr rein ich habe dann noch versucht was zu suchen aber bringt ja nix du bist ja irgendwo erst mal verplant aber leute ich habe die lösung für euch wenn ihr also dann so verpeilt seid wie ich und habt so ein account hier der jetzt gar nicht spielt er kann auf jeden fall spielen ihr wisst dass man neben der sccwl auch noch normale klankriege spielen kann also ich kenne jetzt niemanden der sich das antut die liga spielen und in einem anderen clan auch noch clan wars macht also ganz ganz normale kann man natürlich machen um möglichst viel auch in dieser zeit abzugreifen aber ich habe ein bisschen was gefunden für mich zumindest jetzt für den ratus neuen account und ein bisschen am ball zu bleiben denn er geht ganz gut voran und ich möchte auch ganz gerne mit dem auch nach wie vor ein bisschen was für euch an content bringen auch an an truppen an farm truppen oder auch cw truppen es gibt da eine kombi die werden wir später sehen die kann ich gar nicht die müssen wir echt mal erklären und aber wie bin ich eigentlich jetzt in einen klankrieg gekommen also im moment bin ich noch kein klankrieg ihr seht das wenn ich auf das sccwl symbol gehe dann bin ich war spektator als ich bin bei mir im klaren herausforderer und dort spielen wir ja auch only 13 und 12 die liga also ich bin hier nur reingegangen um mir so ein bisschen die truppen zu spenden um so ein bisschen hier up to date zu bleiben bevor ich dann gar kein klaren habe ist das so ein bisschen mein notfall clan aber ich bin über etwas anderes auf etwas gestoßen und zwar werde ich euch das da kurz mal einblenden also kurze werbung das ist jetzt keine werbung in dem sinne sondern ist es natürlich werbung für clash of clans für die gml season und dort spielen wie ich muss mal eben rüber springen was dort eigentlich gemacht wird ja die gml season 6 wird es jetzt auch als elite season geben das heißt also 13 rathaus nicht nicht 13 rathaus sondern fünf rathaus 13 gegen fünf rathaus 13 ihr seht das im bild das breakdown ist einfach mal 5 0 0 0 und so ist das sicherlich eine ganz ganz spannende sache das ganze wird ausgespiegelt immer montags bis sonntags anmeldeschluss ist der achte erste 13 der erste geht schon los und soll mit der prime enden also mit der gml prime season und das ganze natürlich von der von der offiziellen gml liga also der german midweek league und die haben als partner mittlerweile auch etwas herangezogen da bin ich jetzt gerade im voice kanal ich gucke immer so ein bisschen darüber es kommt gar keiner rein denn ich bin in einem in einem discord der nennt sich global community ja es ist eine globale deutsche community und da gibt es richtig heftige channels ich bin ich bin schon ein bisschen länger drin also ein paar tage länger drin habe aber jetzt erst die letzten tage war so ein bisschen zeit gefunden mich da ein bisschen mal umzuschauen und der link auf jeden fall der direkte link in den community discord ist unter meinem kanal also in der beschreibung verlinkt und ja es kommt im moment keiner in die voice ecke rein ich weiß nicht ob die jetzt keine lust mit mir haben zu sprechen haben oder ob 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 die angst haben also ich tue euch nichts leute ich weiß nicht ihr könnt ganz normal mit mir mit mir quatschen ich bin auch nur ein mensch aber ich finde sehr schick dass es so was gibt und das ganze in partner kooperation mit der gml glaube ich bringt die szene hier noch mal so ein bisschen voran also das ganze soll jetzt nicht so gelten als wenn ich das jetzt pushe oder forcieren will sondern es ist eine andere möglichkeit nach wie vor im global sage ich mal ein bisschen was zu quatschen und vor allen dingen auch events zu finden denn ich habe einen clan gefunden auch das ist keine werbung ich habe einen clan gefunden der spielt jetzt neben der sccwl ganz normale cw in der in den werde ich auf jeden fall reingehen ich hoffe dass das auch funktioniert im moment sind nur sieben von fünfzig drin am dritten ersten soll der erste ck starten also ich gehe dann hier rechtzeitig denke ich mal rein und ihr seht das hier event clan von koly cw parallel zur cwl rush 50er in planung ich bin mal echt gespannt wenn ihr also solche accounts habt wie ich hier ab rathaus glaube ich sechs ist das könnt ihr hier gerne join und könnt ihr einfach klarkriege spielen also ich werde hier reingehen denn ich habe mit dem neuner jetzt nichts zu tun habe im moment keinen helden im ausbau und das kommt mir natürlich richtig richtig zugute also danke schon mal und das ganze ja die ganzen informationen habe ich halt aus diesem aus der global community dort gibt es eine sektion events und dort kann man events erstellen lassen also wenn ihr so coole sachen habt 50er no dip only r 13 oder nur balance oder weiß der wer das ganze können wir darüber koordinieren und ich kann mir vorstellen dass ich da auch mal zu einem gewissen event aufrufe genau das weiß ich noch nicht das jahr ist erst angefangen wir sind also in planung also coole sache ich freue mich auf jeden fall dass ich ein bisschen was zu tun habe auch mit dem account hier da soll es ein bisschen vorangehen ich bin gut zugange mit dem toto kann ich euch sagen denn ich habe meine helden jetzt mittlerweile auf 17 und 18 das kommt schon das ist schon chef koch verdächtig mit dem chef koch mache ich immer ganz ganz wenige mit dem toto eigentlich so ein bisschen das nötigste aber es gibt natürlich ein bisschen pass zu spielen also silber pass ihr seht ich bin ich habe auch noch nichts gemacht aber er hat jetzt eben auch erst angefangen für mich und dementsprechend will ich natürlich ein bisschen hier pushen ich will so ein bisschen meine helden machen und im moment mache ich allerdings kann ich euch auch mal so verraten ich mache moment die beiden x bögen noch nicht ich muss nur noch mal machen auch mit diesem account hier ratos 9 geht so heftig schnell dass ich mich selber so ein bisschen ich denke selber immer man wenn die helden jetzt noch ein bisschen schneller gehen würden dann wären wir auch über rathaus 9 ganz ganz schnell weg und würden nach 10 11 springen aber egal ich mache die x bogen erst immer dann wenn einer meiner helden auf rathaus level 9 level 20 ist das wird hier in jedem fall die queen sein also für die schaufel ich hier was rein zwei level noch dann geht mein erster x bogen auf die maximale ausbaustufe danach nehme ich dann als als level 10 oder als level 20 den king und mache dann erst meinen zweiten x bogen das ist einfach so das hat so ein bisschen was mit dem kriegsgewicht zu tun ist vielleicht doch irgendwo so spinnerei oder so aber so dass es mal gehört habt alter erster klick hier ich brauche ja jetzt nicht mehr so viel aber ich brauche nur noch das heftig dunkle hier paar forschungen habe ich auch noch ich gucke mal wie ich mit dieser truppe jetzt eigentlich voran kommen ihr seht das so ein bisschen damit kann man ganz gut fahren ich kann mir auch ganz gut vorstellen dass man damit ganz gut angreifen kann ich habe gleich in jedem fall noch eine armee danach für euch fertig mit der kann ich zur zeit noch gar nichts anfangen da müsst ihr mir echt noch mal ein bisschen helfen denn das ganze wurde gefordert in einem live stream oder überhaupt in den live streams und da habe ich da denke ich die ganze zeit was wollen die leute von mir eigentlich aber wir gehen rein ich gehe hier mal mit dem mit dem golem erstmal vor ich gebe ein bisschen näher für euch heute rein und dann fahren wir ein wenig mit ein paar magier also das ist eigentlich ist eine ganz ganz simple normale truppe ich gucke mal wo meine mohrbrecher hingehen test mohrbrecher dann können wir den rest hier rein ziehen und das sieht schon mal ganz gut aus außen schon mal so ziemlich alles weg oder hinterher king hinterher queen und die sechs valkyren hier dann bekommen wir hier in jedem fall besuch von einem drachen okay das ist nicht ganz so schlimm meine ja ja die sind da doch ganz gut durchgegangen okay meine valkyren wären da ganz gut glaube ich durchgegangen und ja die gehen jetzt außen lang meine pack ist oder ja 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 wo gehen meine pecker hin da sind meine truppen in dem fall in der mitte die mitte muss ich ein bisschen schützen was da auch jetzt immer reingeht kommen wir nehmen wir den boot wir nehmen hier den boot für die für die pecker dass die dadurch die mauer ein bisschen heftiger durchgehen queen ist noch dahinter das ist gut mein king ist jetzt schon weg aber wir haben hier unten eigentlich ganz nett unsere bowler haben noch ein magier so hier und da offen dann nehmen wir die beiden noch mal dort das sieht da oben noch mal ganz gut aus und meine queen kann jetzt in jedem fall den den peckers hinterher latschen sehe ich jetzt gerade wir nehmen hier noch mal magier der nimmt da den aufs korn und mit dem kann man was machen mit dem kann man ja was machen hätte ich gar nicht mal so gedacht aber die nächste armee ist mir absolut suspekt leute da müsst ihr mir wirklich mal auf die sprünge helfen hier haben wir noch ein lakain ok ich bin mal gespannt wie das jetzt retten mal sehen dann nehmen wir hier noch mal die beiden magier dann habe ich jetzt auch keine truppen mehr sondern nur noch einen gift zauber und meine queen die sich hinter den pack ist versteckt aber das sieht richtig cool aus riesenbombe da und ich habe jetzt noch ein oder beziehungsweise zwei die im fenstens ich kann meine queen jetzt in jedem fall zünden kann man was mit machen leute kann man was mit machen ist eigentlich armee hier oben hier den pass zu spielen mit den walküren hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet das war jetzt wirklich und top das kann ich euch ich kann euch das auch also ich lüge hier mein folgen hier rum wenn ich sage dass es on top dann habe ich meinen letzten attack hier von 19 stunden gemacht also das ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen her die nehmen wir auch ruhig noch mal mit hier die die armee aber ihr seht meine nächste armee mit der kann ich nichts anfangen ich lasse mir jetzt mal ein paar bola spenden denn das soll angeblich so pecker smash oder so sein im rathaus neuen bereich ich weiß nicht was ich mit den sieben heiler machen soll also wie gesagt das müsst ihr mir unten in die beschreibung reinschreiben oder ihr verratet mir das heute abend im live stream also freitag samstag sonntag gibt es mich auch wieder ein bisschen live für euch und link auch für die live streams unten in der beschreibung also auf twitch tv werden 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 wir in jedem fall da sein auf youtube dann nur am samstag aber freitag sonntag auf twitch also lasst euch da ein bisschen ein bisschen entertain wir haben es ja immer ganz ein bisschen lustig ich werde jetzt aber hier erst mal glaube ich noch mal bohle anfordern hatte ich das noch in der letzten forderung polar oder pecky pecky ok dann immer nur die pol die bola gift denn jemand hat geschrieben du musst bowler dabei haben toto ok das war jetzt mal und ein bisschen kann man ja üben auch mit so einer armee ich habe da noch nicht mit ich habe ich habe das schon mit angegriffen leute aber ich weiß nicht was ich damit machen soll vor allen dingen nicht mit den drei hocks jemand hatte geschrieben nimm die mein back end womit mit den heilern oder so keine ahnung ich bin jetzt echt mal gespannt und da machen wir einen kurzen cut dann sehen wir uns zum zweiten angriff mit eurer armee wieder ok freunde ich habe jetzt genug gelacht und ihr seht mein letzter angriff ist jetzt auch schon ein paar minuten her nämlich 50 minuten ich bin noch mal in den voice channel global community gegangen also es gibt dort ein voice eine voice ecke und ich habe so ein paar leute animiert dort mal ein bisschen rein zu kommen es ist mir auch gelungen der ist ist immer noch da der mr poppeck prinz duster sebastian showtime toto ist dabei wolfix dann rafi also ralfi und ja einige waren jetzt sind schon wieder raus aber wir waren eben schon eine coole truppe von zehn mann also ich kann euch nur animieren dort auch mal reinzukommen dann können wir ein bisschen net quatschen abends und ich will jetzt aber erstmal diese armee hier checken ich habe jetzt nicht nachgefragt ich wollte mich jetzt nicht so ganz so als ganz so als rathaus 9 noob outen was diese armee hier angeht ich weiß immer noch nicht genau wofür sind die drei hocks ich nehme jetzt heiler heiler mit hocks ich bin jetzt echt mal gespannt hier und aber vielen lieben dank dass ihr der aufforderung gefolgt seid dort mein die voice ecke reinzukommen vielleicht muss jemand auch noch kurz mal den animateur spielen und dann ist man dabei alter 5000 5000 duclos mit der armee hier dankeschön und auch ein bisschen nett gold und elex okay kann ich gebrauchen allerdings auch harte helden oder lass mal gucken 26 und was hat er hier 13 okay ist auch eine komische truppe ja ich denke mal irgendwie müssen wir die queen schaffen ich weiß nur noch nicht wie okay wir legen mal los ich weiß nicht wie es mit dieser armee vorangeht und was man mit dieser armee eigentlich auch macht bin ich ganz ganz ehrlich aber wir machen einfach mal was wir machen einfach mal was wir fahren hier ein bisschen rum nehmen die beiden peckers mit rein und ein paar heiler ein da 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 hat der minenwerfer gerade geschossen vier mauerbrecher müssen dort reichen um zumindest die erste mal aufzumachen das haben wir auch geschafft wunderbar bohler hier mit rein helden hier mit drin und nein die helden nicht rumgehen ihr sollt reingehen da muss jetzt für sorgen die gehen mit rein okay die gehen mit rein und wir haben aber so ein bisschen ein bisschen geht außen rum okay dass man gerade checken so ein bisschen näher rein was wir mit der truppe jetzt noch machen können ich habe noch drei heiler drei hawk rider ich weiß echt nicht wofür die sind und wofür ja eigentlich der zweite sprungzauber noch sein soll aber vielleicht passt die base auch nicht es kann ja sein dass die base nicht passt da geht auf jeden fall noch das down das geht down und das geht down okay ich muss jetzt echt mal da springen wir springen mal dort und nehmen wir noch den letzten magier mit rein und den letzten hawk rider aber meine queen geht da fast drauf okay meine queen wäre hier fast drauf gegangen ist drauf gegangen okay dann müssen jetzt meine ja dann müssen es meine hawks halt reißen hier mit den heilern drei heiler damit rein und ich habe keine heiler mehr dabei okay ich habe keine heiler mehr dabei dann muss es der wut noch mal reißen ich wie gesagt das müsste mir echt mal in die kommentare schreiben was man mit der hier mit mit der hier armee jetzt machen kann ich meine gegen die x bögen ja meine hawks sind jetzt schon geschichte ein bisschen bekommen alter falter okay naja und aber wir haben gewonnen okay wir haben gewonnen gift habe ich noch über dem muss ich dem dem muss ich dann vielleicht auch setzen also wie gesagt schreibt mir mal unten rein wie man mit dieser armee angreift ich werde sie jetzt immer wieder machen auch in den live streams für euch dann könnt ihr mir das ganz genau erklären bis ich dann ein drei sterner damit hole aber ich denke mal morgen bin ich erstmal in den klaren morgen ist dritter erster gehe ich in diesen klaren wo denn dort gespielt wird wenn ihr das auch erfahren wollt dann joint den discord von der global community und dort bekommt ihr richtig richtig viele infos und habt richtig coole abende so wie ich das gerade hatte also war eine schöne stunde mit den leuten ein bisschen zu quatschen ich meine wie gesagt ich beiße nicht und ein bisschen zu erzählen gibt es immer was um clash of clans real life ein bisschen lachen bisschen schmunzeln und so kriegen wir in jedem fall kriegen wir die armen hier vor allem gut gerettet 17 sekunden 16 da geht glaube ich nichts mehr an ressourcen okay da ist jetzt mein letzter pecker auch weg das geht sicherlich besser aber mit 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 dem lud hier noch mal am ende glaube ich kann ich ganz gut leben also 800.000 von beiden ja fast 900.000 von beiden mit dem bonus und fast auch 4000 dunkles kann ich mit dem tod hier super super leben wie gesagt ich baue die truppe immer jetzt als zweites nach da könnte sicher sein auch in den live streams also ab heute ab freitag abend live stream hier bei mir auf dem kanal und immer so ihr wisst ich habe jetzt nicht so die kindergarten zeit ab weiß ich nicht 19 20 21 21 21 21 ist glaube ich mal besser für mich und für euch vielleicht auch aber vielleicht verbringen wir dann so ein bisschen was rein bis in die nacht ich freue mich in jedem fall auf euch danke fürs zuschauen bis dahin euer toto best ich ja 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 ja